Ich lese Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Im Kapitel Haut, Haare geht es um Hühneraugen und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Das ist zuerst die Salicylsäure, die äußerlich angewendet wird und danach eine Wirkstoffgruppe. Es sind die zwei Wirkstoffe Salicylsäure und Milchsäure, die ebenfalls äußerlich angewendet werden. Salicylsäure äußerlich. Salicylsäure weicht stark verhauerte Haut auf. Auf diese Weise können Sie Hühneraugen Schicht für Schicht abtragen. Die Einschätzung grün geeignet bei Hühneraugen. Wichtig zu wissen. Waschen Sie die betroffene Hautstelle gründlich mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie sorgfältig ab. Anschließend tragen Sie das Mittel ein- bis zweimal täglich direkt auf die Hühneraugen auf. Die umgebende Haut denken Sie mit etwas Zinkpaste oder Vaseline ab, damit sie nicht von der Säure geschädigt wird. Nach drei bis vier Tagen baden Sie die betroffenen Körperteile in warmen Wasser. Anschließend können Sie die aufgeweichten Hautschichten leicht abtragen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Säuglingen sollten Sie die Mittel nicht anwenden. Bei älteren Kindern dürfen Sie insgesamt nicht mehr als 0,2 Gramm Salicylsäure täglich verwenden. Sollte der Kinderarzt mal nachrichten. Wie viel das ist, steht auf der Packung. Da ist immer der Wirkstoffanteil mit angegeben. Da steht drin, wie viel Wirkstoff drin ist. Und dann muss man halt ausrechnen, wie viel Säure das ist. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft sollten Sie die Mittel nur auf kleinen Flächen anwenden. Nicht größer als ein Teebeutel etwa. In der Stillzeit können Sie die Mittel anwenden. Sollten aber darauf achten, dass der Säugling nicht mit dem Mittel in Berührung kommt. Es geht weiter mit Salicylsäure und Milchsäure äußerlich. weddingen Vielen Dank.